Herzlich Willkommen bei PP! Wir erforschen seit mehreren Jahren das Paranormale und jetzt nehmen wir euch endlich mit in diesem neuen Format. Besucht mit uns Gebäude, die schon seit Jahren als gruselig oder verflucht gelten und deckt mit uns das Unfassbare auf. Doch Vorsicht! Vielleicht verbirgt sich schon hinter der nächsten Tür eine Erfahrung ohne Wiederkehr. Was wir machen? Wir jagen Geister! Ich bin tot! Der hat mich einfach gekehlt! Der hat mich einfach gekehlt, Alter! Da kommt er! Da kommt er! Da kommt er! Er kommt uns noch zu! Er kommt uns noch zu! Hör auf! Hey! Ich biete dich auf! Mich! Hilfe! Mein Arm! Mein Arm! Wegweiche! Tür ist zu gell! Feng! Ich bin tot! Oh mein Gott, da steht ein Kind! Herr Kre Schau zu dir! Ja, diesmal sollte es dann wieder in ein Farmhaus gehen und eigentlich hatten wir damit gerechnet, dass es ein anderes Haus wäre, aber es war, zum unser Verblüffen, war es sogar das gleiche Haus, wo wir unseren allerersten Auftrag gestartet hatten. Diesmal war das Problem, dass es trotz unserer Begehung in der ersten Runde oder im ersten Versuch oder im ersten Auftrag, dass trotzdem seitdem noch mehr Aktivitäten festgestellt worden sind. Und es wurde herausgefunden, dass der Dachboden geleert wurde, dass dort wohl auch ein Kind zu Tode gekommen sein soll. Es gibt Berichte, dass man immer wieder Kinder schreien, Kinder weinen, Kinder lachen, Kindermusik hört, Radiosummen, irgendwelche Sachen, die sich bewegen. Und das war natürlich eine Aufgabe für uns, wo wir halt mal wieder, gerade nach dem letzten Besuch in einem Einfamilienhaus, wo wir mal wieder zeigen können oder konnten, dass wir langsam aber sicher in die richtige Richtung uns bewegen. Und für Pipi war das natürlich wieder eine sehr, sehr gute Chance. Hätte nur niemand damit rechnen können, dass das so eskaliert. ist. Okay, seid ihr ready, Leute? Warte mal, bevor wir überhaupt den Auftrag anfangen wie beim letzten Mal. Komm, wo sind die Hände? Ich will die Hände sehen. Na, weh, ich will die Hände sehen, Alter. Oh, ich hab Salz auch. Okay. Hier, Hände, Alter. Warte. Okay, auf drei Pipi. Pipi auf drei, okay? Okay. Eins, zwei, drei, Pipi! 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 Pipi in der Hose. Auf geht's. timer beginnt ich gehe nach oben ja also also ist im tür ab und du verstehst schon nicht mehr das ist so viel angenehmer so angenehm ich meine das wäre was eigentlich ist aber auch daran dass wir die türen geöffnet haben das kann auch sein so die white ich weiß nicht wie das genau war die white white betty betty wir können nicht sterben vergiss nicht nicht so oft den namen sagen sonst ist die aktie dich gleich schon wir können doch jetzt gar nichts noch es kann doch nichts passieren es vermute übrigens auch dass wir leicht und so gut hören weil wir die türen zwischendurch auf lassen einfach dass das durchgeht weiß ich glaube die wir die zu machen dann wäre das besser übrigens auf dem dachboden klassen und knochen auf dem dachboden das schon mal ein guter anhaltspunkt würde ich sagen also ich habe noch gar nichts gesehen das ist der stöpsel da gesehen habe ich auch noch nichts ich höre hier in knarzen links aus dem mast nee das ist das auch richtung master bedroom ist gerade eine tür gegangen habt ihr eine tür bewegt ich habe ich war das mit der tür okay das knarzen kommt glaube ich von der wenig lasse ich mal alleine da rein hier flackert ein licht unten im wohnzimmer licht flackern kann aber auch bedeuten zu viel licht ist ahnung gleich knallt die sicherung ich habe mal eins wieder ausgemacht gar kein licht angemacht oh ja soll ich das brett mitnehmen ja mach mal noch drei minuten ja ich bin ich also ich habe nur auf dem dachboden wie gesagt den knochen gefunden sonst war da nichts das war das reacher brett ich weiß nicht also temperaturanfall haben wir bisher nicht feststellen können glaube ich ich würde das mal wollen wir das mitnehmen oder wollen wir das immer einlegen wir haben ja noch drei minuten wir müssen irgendwie was gucken leute ich weiß auch nicht wie war der name von dem geist irgendwas mit betty white oder sowas glaube ich ich weiß es nicht ich glaube man muss schon den ganzen namen sagen ich bin mir nicht sicher betty ist der stuhl gerade aufgeploppt betty white pack deine geister ein wir haben alle licht angemacht ne ich weiß nicht ich würde das ich würde das ding wo war licht flackern vorhin im wohnzimmer und in der küche aber ich weiß nicht ob das generell passiert wenn man zu viel licht dran hat wollen wir vielleicht erst mal das buch vielleicht hier einfach in die lobby legen weil wir haben ja oft genug erlebt dass der geist die treppe runter kam dann hier irgendwie gepoltert hat vielleicht dass wir das einfach mal hier vor platzieren ich hätte jetzt hier eine kamera hingestellt weil die ist halt ein sehr guter winkel auf das komplette dinge ja ja finde ich sehr gut macht das mal so ich weiß es nicht ich hoffe dass man da was geht wo soll ich das buch hinlegen oder solches erst mal mitnehmen solange wir keinen ansatzpunkt haben flackern war hier hier im wohnzimmer hat gerade geflackert so abgelegt habt ihr irgendwas gemacht aber ihr habt kein foto gemacht okay ich wollte gerade sagen aber bei mir war gerade nämlich ein dicker schritt zu hören okay dann gehen wir langsam zurück langsam zurück okay jetzt bitte nicht mehr einfach wahllos den namen rufen lass uns das bitte absprechen ja bevor wir den namen war hat die überhaupt kameras aufgestellt leute ja ja guck da ist meine kamera ja die ist ja sehr schön platziert oh warte mal da ist ein ghost orb oder da war gerade ein orb zu sehen da war ein orb zu sehen da ist ein orb immer noch ja fliegt da rum siehst du es Lennon ähm nach wen hier gerade über der lampe ich hab sie eben gesehen okay ghost orb können wir notieren Leute ghost orb ja guck mal weißt du aber erstmal sagen was der flog gerade wieder über den Tisch ja einfach nur hier der ist er wieder jo ich seh ihn kurz flackern ja ich weiß nicht ob der über den Tisch geflogen ist aber jetzt auf jeden Fall hier im Mitte vom Bild ist er rumgedüst da schon wieder okay soll heißt das dann vielleicht dass das Wohnzimmer da flinkt das Licht an zu flackern heißt das vielleicht dass das Licht dass das Wohnzimmer der Raum ist ich schätze mal ne oder kann man sieht aber so aus kann das sein dass der ghost orb aber so Richtung Treppe ist das kann ich auch noch nicht bestätigen das weiß ich nämlich nicht aber wir haben auf jeden Fall ein ghost orb könnt ihr alle eintragen Leute Richtung Treppe da ist er jetzt hier Richtung Bedroom eher Richtung Masterbedroom ja aber das hast du auch gar nicht boah warte mal hast du das hier richtig gesehen bei dir links ich hab den hier in der Mitte gesehen der könnte auch da vorne in der Lopi sein warte mal der fliegt bei mir hier gerade durch die Mütze flog gerade einer nochmal hier nochmal durch die Mütze ja aber du weißt doch nicht welche Tiefe der hat du weißt doch nicht welche Tiefe der hat ist der an der Lampe vorne vorbeigeflogen ne also der fliegt hinten am Masterbedroom rum an der Tür ja aber warte mal der Masterbedroom ist hier da ist jetzt wieder einer scheiße dann ist es doch Richtung Treppe ok jetzt check ich es erst das ist zwischen Treppeneingang und Wohnzimmer Connection ja jetzt flackert das Licht auch wieder an ja 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 ok perfekt ich weiß wir wissen aber nicht ob das der Raum ist oder ne hier im Wohnzimmer fliegt links auch einer rum Richtung Bedroom sehe ich gar nicht da flog gerade einer da flog gerade einer das ist übrigens für jeden Einzelnen scheinbar weil das Ding ist ich hab zum Beispiel wo ihr welche gesehen habt gar keine gesehen und dann später erst der Reis ja perfekt also nachdem wir das Farmhaus betreten haben und die Räume durchsucht haben haben wir immer noch keine wichtigen Anhaltspunkte dafür finden können welcher Raum für die Geisteraktivitäten verantwortlich ist das Ding ist wir haben aktuell nur im Eingangsbereich wirklich Interaktion mit dem Geist gehabt ist wo in Gegenstände verschoben bewegt und so dann an anderen Orten wieder aufgetaucht von daher müssen wir noch mal sicher gehen ob es vielleicht sich nicht doch um den Eingangsbereich handelt zudem haben wir jetzt Salz zum Einsatz gebracht das ist nicht nur für die Würzung unserer nächtlichen Snacks verantwortlich nein denn das Natriumchlorid auch genannt Speise oder Tafelsalz altertümlich auch das weiße Gold wird auch bei uns sehr wichtig angewandt und zwar können wir mit Haufen oder auch Spuren damit verteilen und schauen ob der Geist ja Spuren hinterlässt eben auf dem Boden oder im Salz und da können wir auch schon ausschließen ob es sich um einen normalen Geist handelt weil die schweben über das Salz hinüber und werden dabei keine Fußspuren hinterlassen deswegen ganz wichtig in dieser Phase das Salz zum Einsatz zu bringen ich bin ready also nicht Namen rufen aber ne äh Curry es könnte sein dass du da näher gewesen bist weil du bist der Einzige der wirklich noch ein Stück weit weniger äh Sanity hat als wir was bin ich hier geht irgendein Radio ab warte mal ich höre Stimme ja das ist das Radio das ist da oben da oben das Radio ok was machen wir willst du hier Salzhäufchen machen wo genau sag mal wo du dir das vorstellst ich weiß nicht irgendwo hier oder so ich hab keine Ahnung irgendwie mittig oder sowas ähm weißt du mal wir hatten doch die Cam noch draußen oder hä hä hier draußen gibt es eine Cam ja die ist aus die Cam ist aus draußen oh die Cam ist aus oh mein Gott ich hab hier ab und zu so warte mal Leno ja ist das hier in dem Raum ne warte mal hier gibt es kein Radio oder das Radio ne ich glaube nicht das muss oben sein das ist oben das muss auf dem Vortisch sein aber was sagt uns das also wir haben oben ein Radio oh Gott das was die ganze Zeit reagiert ja würde ja zu unserer Theorie passen dass der Ort nach oben fliegt ne ich versuche mal die Maus einfach nicht zu bewegen vielleicht bin ich dann durchgehend ja die Dose ist geflogen oder nicht die war da eben noch nicht okay oder er könnte sein von da rechts ne da ist das Radio mach hier mach hier Salz mach hier Salz ja und ich mach ich mach das Geisterbuch EMF auf 3 okay laut wieder ab mein EMF fällt nicht auf also schlägt nicht an wollen wir darauf irgendwie die Kamera richten? hast du noch eine? das Radio ja wir haben nur zwei ne ich weiß es nicht was will uns das sagen also ist das jetzt hier der Raum? ich bin mir nicht sicher soll ich hier auf den Absatz noch einen tun? ein Salz? ja mach mal mach mal mach mal ich glaube das Salz ist leer das kann ich weg tun ne okay ich meine solange ich tue es zurück in den Truck glaube ich stand das Ding die ganze Zeit schon auf der Treppe? ich weiß es nicht ich bin mir auch nicht sicher ich bring mal kurz das Salz in den Truck damit wir das safe haben alles gut also wir haben es halt das Drehen muss ich gleich wieder umstellen alter aber ein Test 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 hallo? ja sobald ich in das Haus reingebe ist bei mir hört Leno mich denn dann? ich hör dich ja das Radio ist in der Lobby aber warum also das ganze Licht ist auch überall aus ne? mh Schritte! ja! was ist das? Schleifspur da ein Riesenfuß das ist ein Fuß der so das ist ein langer Fuß ja das ist ein sehr langer Fuß aber genau einen nur iiih was? was hast du? ich habe vorhin auch als ich die Kamera aufgestellt habe einen Schritt gehört einen ganz lauten Schritt die ist weg der Schritt ist weg wie der Schritt ist weg? du bist mich verarschen der verblasst wieder vielleicht stand er da gerade aber das können wir sowieso bestätigen wir haben die ja gesehen wir kommen erstmal zurück hier das können wir schon mal eintragen wir können eintragen wir haben Schritt gesehen es war uns immer noch nicht so ganz klar welche Art von Geist mit welcher Art von Geist wir hier zu tun haben und wir waren uns immer noch nicht so sicher ob wir jetzt den Raum also diesen Eingangsbereich als Raum quasi eingrenzen können ähm wir haben dort immer wieder Reaktionen vorgefunden Sachen haben sich bewegt sind rumgeflogen wir hatten aber trotzdem auch das Gefühl dass rundherum und auch oben immer wieder Geräusche auftraten und ähm ja als dann Lenno und ich das Salz also wie gesagt die Fußspuren im Salz äh gefunden hatten war das natürlich erstmal ein richtig guter Pluspunkt für uns weil ähm wir wussten dass in diesem Eingangsbereich auf jeden Fall Bewegung herrscht und da Aktivitäten äh vorhanden sind abseits von irgendwelchen Gegenständen die sich bewegen ähm dann konnten wir auch über UV noch ähm eine Fußspur feststellen tatsächlich und da dachten wir eigentlich jetzt geht es in eine gute Richtung und wir haben jetzt alles im Griff äh äh ja als wir dann wieder reinging ähm um noch kurz was zu untersuchen wie soll ich sagen ich habe sowas noch nie vorher erlebt und es lässt mir kalt den Rücken runterlaufen wenn wir wenn ich daran denke dass es das nicht mal das Herbste war was wir dort erlebt hatten ja sowas niemals gesehen können sich's nicht vorstellen ja dann guck mal kurz ob das ob das kleiner wurde also ich glaube nicht wir haben zwei zwei Häufchen gemacht und da liegt ne Dose die hat da keiner hingelegt Leute Tatsache das am Radio das war gerade nicht das ist neu ja das war gerade nicht stimmt okay du hast recht alles klar okay dann können wir das schon mal ausbrennen willst du auch du kannst auch das Ouija machen jetzt das war ja meine Frage das war meine Frage weil sonst hätte das Salz gar keinen Sinn gemacht wenn sich das nicht verändert das war aber auch gerade nicht ja ja alles gut das Ding ist aber wir haben trotzdem wir haben trotzdem die Dose die dort liegt die haben wir da nicht hingelegt behalte das im Auge ich bin mir auch ziemlich sicher dass die da nicht war Foto machen lass ein Foto machen ja wir machen davon ein Foto wäre die Kamera dabei ja das ist komplett schädlich solange wir da glaube ich den Namen nicht rufen ist das alles entspannt vielleicht sollten wir auch gleich probieren mit der Ghostbox nicht den Namen zu rufen sondern einfach Fragen zu stellen ich weiß aber warte mal aber warte mal was steht denn hier wäre der Name des Geistes Betty Thompson Lendo ich komm mit oh oh Schritt oh Gott Schritt neben mir auf der Treppe da kam jemand runter ja hast du jetzt ein Foto gemacht? ja von dem Salz Schritt auf der Treppe oh 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 das Salz nee warte mal das Salz auf der Treppe ist unberührt ich hab doch grad was gesehen aber es hat gerade lila geleuchtet ich glaube ich hier bei dem Bild ich hab grad irgendjemanden angeleuchtet aber ich hab's auch kurz gesehen deine Hände sind lila wenn ich die anleuchte weißt du was wir jetzt machen wir gehen zurück na wen geht rein und frag mal nach ich würde mit dem Namen nicht so nicht so ausrasten ich frag erstmal ganz vorsichtig ich würde den Namen also na wen ich würde den Namen gar nicht erwähnen ich würde einfach sagen wo bist du oder sowas Fragen stellen ok versuche ich ja das Brett leuchtet weil wir das angemacht haben Leute ja das hab ich angemacht genau ok sagt man wenn ich rein kann ne ja ok 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 haben wir nur eine Kamera auf einer Wellen ja ne ne leider nicht die Kamera wäre gut auf einer Wellen stimmt eigentlich stimmt ähm oder einer Wellen stellt die gleich um ja warte mal Leno was ist denn das da links das war da vorhin nicht hä ist das irgendwas weißes ist das ist das UV das sind Salzabdrücke Fußabdrücke oder können das Fußabdrücke sein das war vorhin nicht da hundertprozentig war das nicht da ok ähm Narben ja wir haben gerade auf der Kamera die hinten die du aufgesetzt hast in der im Wohnzimmer auf der rechten Seite da sind irgendwelche weiße Punkte und wir wissen nicht was das ist die waren nämlich vorhin nicht da auf dem Boden ok ich würde vorschlagen dass wir da gemeint hast du ne Taschenlampe ne ich hab keine Taschenlampe du hast nur das Geisterding ne genau ok warte wir gehen kurz kurz nur gucken und versuchen die Kamera zu holen Leno behalte das Blick in den Blick soll ich die Tür irgendwie blocken kann man die Tür blocken nein 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 kannst du nicht blocken keine Chance als ob das vorgesehen ist guck ey warte mal ey der hat die der hat die Dose schon wieder berührt die lag gerade da ja die bewegt sich die rollt die rollt oh mein Gott was ist er kam ich kam gerade die Treppe runtergelaufen was ich kam gerade die Treppe runtergelaufen ich hab nur die Taschenlampe von oben gesehen ich kam runtergelaufen wir waren in dem wir waren in dem Farmhaus unterwegs und hatten nochmal zur Sicherheit Salz ausgestreut damit wir Aktivitäten vor Ort feststellen können ob der Geist man hat es ja schon durchaus öfters gehört Geister haben ja verschiedene Formen und auch verschiedene Eigenschaften ob der Spuren hinterlässt oder ob der in irgendeiner Form für uns an der Stelle irgendwo etwas bereithält was wir überprüfen können deswegen sind wir auch nochmal mit der UV-Lampe dann zeitgleich reingegangen und hatten dann danach geschaut ob wir irgendwelche irgendwelche Hinterlassenschaften von ihm finden weil ab und zu wenn man Glück hat und wenn man mit einem geschulten Auge hinschaut dann hat man dann nochmal die Möglichkeit so eine Art Geisterfingerabdruck zu finden oder ähnliches und das haben wir an der Stelle auch getan und haben dann auch feststellen müssen dass dort das Salz nicht nur berührt sondern regelrecht zerwühlt worden ist und haben auch dann anhand von Fotografien auch nochmal festhalten können dass Fingerabdrücke vorhanden waren wodurch die logische Konsequenz war dadurch dass wir wussten dass das leider ein Geist war der nicht auf Gruppen reagiert sondern dass man dem nur alleine begegnen kann dass ich mir die Ghostbox schnappe und nochmal alleine reingehe die Ghostbox ist so gesehen eine man kann es wie so ein kleines Radio empfinden das aber sehr modifiziert ist um halt eben die speziellen Schwingungen und die speziellen Frequenzen von Geistern aufzufangen beziehungsweise auch darauf reagieren zu können unsere Hoffnung war an der Stelle dass wir dass wir anhand der Geisterbox eine Reaktion oder eine Antwort von dem Geist erhalten um näher eingrenzen zu können welcher Geist oder welche Art von Geist wir in diesem Farmhaus finden würden und deswegen musste ich dann nochmal alleine rein oder ich bin an der Stelle nochmal alleine rein weil es ist eine wichtige Aufgabe und ich bin mir der Verantwortung bewusst jeder muss da durch und jetzt war meine Zeit na weh du musst unbedingt die Tür zu machen und das Licht aus denk dran hier ist kein Licht an von der Taschenlampe falls du eine hast du hast die EMF im Blick Leno ja ja Tür ist zu alter hallo hallo bist du da das Licht flackert hallo na weh du kannst nicht einfach Fotos machen du hast nur du hast nur begrenzte ich hab kein Foto gemacht was war denn das für ein Blitz das war ein Licht flackern nein 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 bleib da in dem Raum in dem Vorraum bleib in dem Vorraum ja das schleicht ich hoffe er sagt den Namen nicht so laut oder so oft ich hoffe er sagt den gar nicht der sollte doch erstmal nur ja deswegen einfach fragen sonst geb ich ihn nochmal durch notfalls der Schwarze stirbt immer zuerst was habt ihr gesagt er wollte da rein Geist ich seh nix ne hab ich nicht hab ich nicht Flidi schritt schritt leute ich hab noch nicht einmal was gehört von ihm Leno äh Nawain Radiocheck Nawain bist du da alter ist der tot ich höre euch könnt ihr mich hören wo bist du geist hallo leute könnt ihr mich nicht hören hallo also er ist immer noch unter der Treppe zwölf prozent sanity c 3 stufe 3 bmf stufe 3 du brauchst nicht rauskommen alles gut es ist alles ruhig hörst du ihn nein 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 aber ich seh ja gerade wie er rauslaufen wollte alles wir hören dich übrigens nicht über Funk könnt ihr mich so hören nein die können mich nicht hören ne ich will die Stufe 3 darf ich den darf ich den Namen sagen die hören mich nicht wie soll ich das machen wieder auf null versucht er gerade die Tür zu öffnen nein warte mal ich geh mal hin es kann nicht ich krieg die Tür nicht auf ich krieg die Tür nicht auf ich krieg die Tür nicht auf Nawain DMF ist ruhig hinter dir Geist hinter dir Geist Nawain ich hab mich automatisch gedreht hinter Nawain war gerade deine Erscheinung eine ja ja ich hab dich gesehen du standst auf einmal hinter Nawain und bist auf ihn zugelaufen holy shit Nawain hallo ja hallo ja warum redest du nicht ich brauchte gerade eine Sekunde wir funken dich die ganze Zeit an du hast keine Antwort du hast uns keine Antwort gegeben ich hab euch die ganze Zeit ich hab die ganze Zeit versucht mit euch zu reden ich hab euch gehört oder ich hab Curry gehört aber ich habe nicht antworten können aber hast du dabei die Ghostbox in der Hand gehabt? ich hab die Ghostbox in der Hand gehabt ja dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren wenn du beides ich glaub du musst ich weiß es nicht ne ne ich hab ja bei den anderen Sachen auch immer wenn ich irgendwas in der Hand hatte konnte ich funken hast du denn eh welche Resonanz gehabt? na ich hab jetzt gar keine Reaktion gekriegt aber ich hab den Namen halt auch nicht einmal gesagt was macht ihr jetzt? ich hab euch dreimal gefragt ich weiß nicht ich hab dreimal gefragt ob ich einmal den Namen rufen darf damit ich halt ja wir haben das nicht gehört das müsstest du ausprobieren nochmal glaube ich hast du hast du die Türen nicht aufbekommen? weil ich konnte die von innen jetzt einfach nach innen aufmachen ich hab die nicht aufgemacht das hat die ganze Zeit immer dieses Klacken gemacht so als wenn die gerade verschlossen ist das hab ich auch gehört na aber das klackt immer so hast du nach außen also ich hab sie nicht aufgekriegt? ne nach innen nach innen nach innen ok also ich würde das nochmal testen da wäre ihnen das so nochmal rein wobei das jetzt jemand anders reingeht und das mit den Namen probiert ja wie gesagt ich würde es trotzdem machen weil wenn ihr sagt EMF war ja noch nicht so wirklich was auf drei ich hab mir den Whisky gehen mit zwölf du hast zwölf Zelti alter ja ok lass uns nicht riskieren dass einer drauf geht ja ist richtig aber gut wenn der Vayne drauf geht warte mal jetzt hast du ey ich hab hier nichts zu verlieren deswegen der Vayne hat keine Items ne das ist das Ding aber das ist auch scheiße ja gut dann geh rein 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 geh rein alles klar komm so Betty Thompson ne ok rufe gleich einmal den Namen und irgendwie eine Frage oder nur den Namen ich bin mir nicht sicher aber erst wenn die Tür zu ist und danach erstmal nichts mehr dann beobachten wir das EMF ok alles klar ok 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 guck mal jetzt geht's auf hört ihr mich? Betty Thompson bist du da? Hallo hört ihr mich? EMF 2 ne auf 1 sorry aber ich erkenne die Zahlen nicht die Oculus ist so unscharf ok einmal den Namen sagen dann haben wir ihn wir können dich übrigens wieder nicht hören bei der Übertragung es könnte auch sein wenn er in der Nähe vom Radio ist dass die Übertragung gestört ist wenn er das immer noch hört das könnte sein das kann auch sein reagiert zumindest nicht ey warum will der denn jetzt wieder raus? oh mein Gott er hat sehr viel Panik er hat sehr viel Panik er hat sehr viel Panik er hat aber irgendwas alles gut? alles gut? nö alles gut war halt nix also hat er nicht reagiert ja aber warum gehst du denn wieder raus? ja weil ich einmal den Namen gerufen hatte und da ich euch nicht anfunken kann da wollte ich halt fragen soll ich jetzt nochmal tiefer reingehen ins Wohnzimmer oder so? der musst du selber entscheiden man also wir haben immer also ich bin mir immer die meisten Sachen sind vor der Treppe passiert deswegen aber er überzählt das als Raum? ok also ich würde sagen einer von uns beiden geht jetzt rein also Leno oder ich mir ist das egal ich gehe jetzt schon nahe wieder nicht raus ja komm ich geh mal mit der Box alter ich klappe mir jetzt schon ein Funkcheck 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 oh mein Gott seid ihr sicher dass die Tür zum muss? Ja ich glaube schon ey Leno du kannst es schaffen man ey wird doch so hoch sein Junge das ist so assi ne? ja was sollen wir denn machen wir müssen alle einmal komm wir waren beide schon drin jetzt musst du halt du noch du verarschst mich du warst gar nicht alleine drin doch doch wenn die Tomsen du Arscher komm raus HUUUH Funkcheck Funkcheck Länge beim Arsch was? da kommt jemand Schritte auf der Treppe kommen ganz schnell runter war das Schampfen? Schampfen? Schampfen naja ne laufen ja links wurde die Dose bewegt links die Dose die Tür ist auch offen im Esszimmer war das schon so? bin mir nicht sicher Tür offen im Esszimmer? vielleicht ist es doch die Küche ich bin mir nicht sicher hat jemand Infrarotlampe dabei? nein ne ach fuck alter wunderbar nicht Tür ist zugegangen ok 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 Tür ok ok Tür ist zugegangen in der Küche in der Küche zum Esszimmer meint ihr die Küche ist es? guck dir das EMF an guck dir das EMF an oh mein Gott Leno wie oft hast du den Namen gesagt? einmal nur ok ich glaube die Küche ist es oder? ok wir gehen alle in den Raum das Radio brauchst du ja jetzt gar nicht anladen mach das aus ok wir gehen erstmal ins Esszimmer ja keiner ruft den Namen keiner ruft den Namen ey ich wollte nur mal Hallo sagen ich kann die Tür nicht aufmachen ich habe zwei Sachen aber wobei ich kann doch die ging auf jeden Fall da war gerade Schritt von der Treppe aus ja 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 oh Tür oben Tür ist zugegangen die Spieluhr die Spieluhr Spieluhr über uns über uns der Raum über uns der Raum Spieluhr rechts in der Ecke steht ein Kind oh rechts rechts oh mein Gott da steht ein Kind da stand ein kleines Kind was was da stand ein kleines Kind in der Ecke ja aber über uns ist die Spieluhr angegangen alter über uns ist die Spieluhr angegangen oder? ich habe das kleine Kind gehört die ganze Zeit gehört habe ich nicht aber ich habe das gesehen ich habe keine von euch ein Foto gemacht Leute ich habe den nicht dabei ich habe doch keine Kamera mit Mann naja sie haben es ja gerade gesehen was passiert ist unsere neue Spur war jetzt dann war dann diese Spieluhr oder was auch immer was das für ein Ding war oben vielleicht nochmal nachzuschauen tun sie sowas niemals das ist geisteskrank kommt schon Leute Pipi macht das schon er macht auf jeden Fall immer die Türen nur zu das könnte gefährdet werden ich bin sehr kontaktfreudig es steht das Kind noch in der Ecke wollen wir da mal gucken nein das steht nicht in der Ecke er ist weg es ist einfach ein Kind Junge also über uns ist irgendwas angegangen das habe ich gehört ruhig 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 ich halte den Abzieher bereit ja sind hinter dir nicht so schnell ist die Schublade ein Stück weit aufgegangen wo ist hier die Spielbox hier muss eine Spieldose gewesen sein hier ist ein Radio aber das war es gibt es unten in der Küche ja das war irgendwie so eine das war auch so aber ist das vielleicht ein Geräusch was der Geist macht und nicht unbedingt ich guck mal kurz ob man die hier aufmachen kann man kann die ne man kann das nicht aufmachen sicherheitshalber lass uns mal unten in der Küche in dem Esszimmer nach einer Spielbox also einer Spielbox suchen vielleicht ist da irgendwie was meine Fresse ruhig 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 ich glaube nicht dass hier jemand die Streppe hochgelaufen ist weil sonst wäre hier im Salzhaufen auch was drin oder also meins ist muss unten sein oder was ich glaube schon ich weiß halt nicht ob wir das hier im Raum beschädigen können also das Stück ist gerade ja losgegangen als wir in die Küche gegangen sind ja true richtig und hier ist die Tür auf da hinten ich weiß auch nicht wer die angemacht hat hier bin ich eine Spieluhr ich sehe gar nichts ey ich dachte erst das wäre das Klavier kurz könnte das das Klavier gewesen sein ne ne was für ein Klavier denn? ne das war das Klavier von oben über mir was für ein Klavier denn? das steht hier in dem Esszimmer was? wo denn? habt ihr noch nie das Klavier hingegen gesehen? stimmt das kann es gewesen sein das kann es wirklich sein jo stimmt Fingerabdrücke hat jemand die Lampe bei? ne habe ich nicht fuck dann war es das doch nicht nichts 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 aber es könnte gewesen sein es könnte vom Sound her könnte es hin kommen Tür ist irgendwo zugegangen? ja habe ich auch gehört ich habe es nicht gehört ey es kann nicht so schwer sein dass wir den fucking Raum nicht finden man das gibt es doch nicht war das vielleicht das war das vielleicht das Schlafzimmer die das Klacken? auf die Treppe fuck warte mal ich guck mal ob das hier oben rechts war da rennt einfach das gesamte Haus Juni es gibt doch einen der sehr tief ist aber die Frage ist ob der irgendwie zu irgendwas passt weiß es nicht Leute keine Ahnung es ist meistens hier im Bereich es muss oh EMF schlägt aus 222 alles gut alles gut dann geht aber gleich was hier haltet eure Augen offen jetzt ist wieder weg hier ist hier ist Action in dem Raum hier nicht also Essenszimmer nicht hier schon ist okay die Zwischentür von Küche zu groß 4 4 20 Tomsen oh ich hab ich hab's vor mir aufgeploppt vor mir ist ein Spieler aufgeploppt ja Curry war auf einmal doppelter ich hab mir ins Auge Curry stand grad neben sich ich hab mir ins Auge gehaucht alter ins Ohr hab ich ins Ohr hab ich alter wie ihr habt Standbild hört doch auf jetzt geht's denn jetzt bei euch wieder? oh mein Gott alter jetzt kein Standbild das war einfach ein das ist vor mir jetzt aufgeploppt oh der Chat sagt grade das Kind stand übrigens wieder da in der Ecke wir haben's nicht gesehen oh mein ey sie verarschen dich ja hundertprozentig das stand da nicht hier mit dem Clip oder ist das nicht passiert ja Leute ey komm wir müssen mal wir müssen mal drüber reden wir laufen hier so wahllos rum wir haben gar keinen Plan alter was sollen wir machen? komm Leno wir gehen da komm Leno wir gehen da das kam nochmal von der Treppe das Salz ist fast weg oder ist das Salz sogar weg? ah ne das ist nochmal okay nein das ist einfach genau gleich immer das wird nicht benutzt das ist nur hier unten die ganze Zeit ich hab die am Gürtel die der Raum hier ist der Raum hier ich glaub das ist das hier als Raum ich glaub's auch ich glaub auch hier geht das meiste drum auf Strom die Tür sie ist verschlossen ja nein oh mein Gott oh mein Gott nein 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 oh mein Gott da hat das Foto raus 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 Alter das Kind kam wie so ein Horrorvieh auf einen Vieh auf mich zugerannt ich hab's auf Foto ich hab's auf Foto ich hab's auf Foto hast du's zeig's her ich seh's gar nicht ich seh's gar nichts Alter hoch das ist hier so ein kleiner so ein kleines Zäpfchen okay aber was heißt das jetzt wir haben noch keine Beweise was heißt denn das jetzt ah äh okay ähm also wir waren gerade im Eingangsbereich und eigentlich hab ich nur Schritte gehört und plötzlich taucht vor mir dieses kleine Golden Wesen auf eigentlich ein kleines Kind was plötzlich auf mich zusprintet und neben mir springt und sich nach Wellen krallt und ehe ich mich versah war der geschockt kennt ihr diese Szene von Harry Potter 1 wo sie Neville schocken äh genau so lag der da wie ein Brett und ich hab nur noch Schreien gehört und wir mussten einfach nur raus aus dem Haus ich 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 sag Poltergeist no risk no fun weil er aufgeht wir haben halt wir haben halt keine wir haben keine Dings gehabt keine keine also wenn wir Frost wir hätten Frost haben müssen ja eben kann das sein komm schon bitte Baby bitte lass uns uns geklärt haben für Pipi für ner Vein für Pipi für Pipi Pipi komm schon ner Vein komm 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 ja 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 baby let's go alter es war der Poltergeist let's go es war ein fucking Poltergeist alter auf geht's man die Geisterhunter sind am Start leute let's go jungen 60$ ist frech wir haben einen der ist drauf gegangen 60$ sind echt frech ist aber gut ich find 60$ eigentlich hier es ist aber gut ich find 60$ eigentlich hier ich find 60$ eigentlich hier NECBASIO